Bhagavad Gita, Vers 3.28 Wer im Wissen über die absolute Wahrheit gründet, o Starkarmiger, beschäftigt sich nicht mit den Aktivitäten der Sinne und mit Sinnenbefriedigung, da er sehr wohl den Unterschied zwischen Arbeit in Hingabe und Arbeit für fruchtbringende Ergebnisse kennt. Der Kenner der absoluten Wahrheit ist sich seiner unangenehmen Lage in der materiellen Welt bewusst. Er weiß, dass er ein Bestandteil des höchsten persönlichen Gottes ist und dass die materielle Schöpfung nicht sein wirkliches Zuhause ist. Er erkennt seine wirkliche Identität als Bestandteil des Höchsten, der ewige Glückseligkeit und ewiges Wissen ist. Und er erkennt, dass er in irgendeiner Weise von der materiellen Auffassung des Lebens gefangen ist. In seinem reinen Seinszustand ist er dazu bestimmt, seine Aktivitäten im hingebungsvollen Dienen dem höchsten persönlichen Gott, Krishna, zu weihen. Er beschäftigt sich deshalb in den Aktivitäten des Krishna-Bewusstseins und löst sich somit auf ganz natürliche Weise von den umstandsbedingten und zeitweiligen Aktivitäten der materiellen Sinne. Er weiß, dass sich seine materiellen Lebensumstände unter der höchsten Kontrolle des Herrn befinden und folglich wäre der niemals durch materielle Reaktionen gleich welcher Art gestört, da er sie als Barmherzigkeit des Herrn betrachtet. Nach dem Srimad Bhagavatam wird jemand, der die absolute Wahrheit in ihren drei verschiedenen Aspekten als Brahman, Paramatma und als den höchsten persönlichen Gott kennt, Tatvavid genannt, da er auch seine wesenseigene Position in Beziehung zum Höchsten erkannt hat.